Unterhalten wir uns jetzt einfach mal drüber und ich würde als erstes dir diese Frage stellen. Ein Riesenfehler, den ja viele machen, gerade im Maklerbusiness, dass gerade dann, wenn es besonders gut läuft, die meisten Firmen die größten Fehler machen. Wann hast du das erste Mal genau diesen Fehler selber gemacht? Ein großer Vorteil, den ich tatsächlich hatte, war, dass ich immer... Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Podcast Immolution. Wir reden heute mal über ein Thema, was immer wieder in meinen Gesprächen mit Kunden, und du hast es mit Sicherheit auch schon sehr, sehr oft gehört, unterhalten wir uns jetzt einfach mal drüber. Und ich würde als erstes dir diese Frage stellen, um deine Reaktion dafür zu bekommen, was du dazu sagst. Und zwar die Aussage, bei mir läuft es gerade gut, deshalb habe ich keinen Bedarf. Bedarf in Form von, an welchem Punkt arbeitet man mit einer Unternehmensberatung zusammen, ab welchem Punkt holt man sich Hilfe in sein Unternehmen etc. pp. Und da ist es halt ganz oft, ja bei mir läuft es ja gerade gut, brauche ich nicht. Mal dein erster Eindruck, was sagst du? Also ich würde das mal direkt auf eine ganz andere Ebene heben. Es geht nämlich gar nicht um das Thema Unternehmensberatung oder Coaching oder Beratung allgemein, sondern es geht im Prinzip um das Thema, wie verhalte ich mich, in welcher Situation des Lebens ich gerade bin. Also einfach ein generelles Verhalten. Und was ich feststelle, ist, dass wenn es beim Menschen gut läuft, dann hat man natürlich so einen bestimmten Vibe am Start. Also man fühlt sich cool, alles ist easy und so weiter. Das hat natürlich erstmal was damit zu tun, welchen Zustand habe ich. Ich fühle mich, ich habe einen guten Zustand. Und einen guten Zustand, den möchte man natürlich möglichst erhalten. Also den will man einfach erhalten. Also erstmal, ich möchte in dem Zustand bleiben. Da soll nichts passieren. Am liebsten keine Veränderung. Und was ich da feststelle ist, dass auch bei uns im Coaching, wenn die Dinge, die jemand umsetzt, und bei uns ist es ja glücklicherweise so, wenn die Leute das umsetzen, was wir sagen, dann funktioniert das auch. Und da erkennst du ja auch schon so ein Verhalten, dass dann steigen die aus den Live-Calls aus, dann kommt weniger Kommunikation, dann haben die zu tun, dann sind die beschäftigt. Und da ist im Prinzip die Situation, dass man zuallererst mal sich mal die Frage stellen muss, was heißt denn überhaupt Lernen? Was bedeutet das überhaupt? Also Lernen ist ja nicht nur in Verbindung mit einer Unternehmensberatung oder mit einem Coaching bei uns oder bei wem auch immer, sondern Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Und ein weiteres Thema, was jeder auf dem Schirm haben sollte, ist, dass gerade dann, wenn es besonders gut läuft, die meisten Firmen die größten Fehler machen. Also gerade dann, wenn es besonders gut läuft, oder? Ja, 100 Prozent. Also da bin ich total in Übereinstimmung. Und am Ende des Tages hast du es eigentlich schon ganz sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, sich selber einfach mal die Frage zu stellen, okay, wie verhalte ich mich, was ist mein Zustand, etc. Nichtsdestotrotz, um jetzt auch nochmal das ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, am Ende des Tages ist ja Unternehmertum auch ein bisschen wie Schachspielen. Ja, also den nächsten Zug zu kennen, bevor ihn andere kennen oder bevor man ihn vielleicht selber kennt. Das heißt auch einfach vorausschauend, die richtigen Maßnahmen in die Wege zu leiten, damit dieser Zustand auch so bleibt oder tendenziell sogar noch besser wird. Auf jeden Fall. Also auch hier muss man eine Sache verstehen. Ein Unternehmen braucht immer, und wir reden ja jetzt auch auf der Basis eines Unternehmens, im Privatleben ist es übrigens genauso, wenn du in einer Beziehung nur auf total Happiness bist, ist das natürlich cool, aber auch eine Beziehung will sich ja weiterentwickeln. Aber bleiben wir jetzt mal auf der Unternehmer-Ebene. Das heißt, ein Unternehmen braucht immer ein Spannungsfeld. Weil, wenn ja die Spannung im Unternehmen runtergeht, dann geht auch die Produktion runter. Weil ein Riesenfehler, den ja viele machen, gerade im Makler-Business, dass wenn sie jetzt mehrere gute Abschlüsse gemacht haben, gerade jetzt Einzelkämpfer, so die Makler, die alleine arbeiten, die ohne Mitarbeiter arbeiten. Weil hast du Mitarbeiter, dann hast du ja dadurch schon eine gewisse Spannung, weil du musst sie bei der Arbeit halten, musst bei der Stange halten und so weiter. Also der andere Weg hat sehr viel mit Bequemlichkeit zu tun. So, dann nehme ich diesen Umsatz, nehme ihn und fahre zum Beispiel in Urlaub. Das ist der Klassiker. Das ist der totale Klassiker. Das heißt also, ich mache gutes Geschäft und dann fahre ich erst mal in Urlaub. Also was ich dieses Jahr beobachtet habe, wo Leute echt in Urlaub fahren und das Business abschließen, closed. Ja. Unser Geschäft ist zu. Und das aber auch in der Situation tun, wo sie sich das normalerweise gar nicht leisten könnten. Ja. Also das ist schon krass. Ja. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Okay, wann hast du das erste Mal genau diesen Fehler selber gemacht? Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich angefangen habe im Vertrieb, das ist jetzt auch schon ein paar über 30 Jahre her, da war ich komplett auf Modus. Also wirklich komplett auf Modus. Ganz kurz, um meine Frage noch ein bisschen genauer zu machen. Ich meine jetzt nicht unbedingt das Thema mit dem Urlaub, wo du das mal gemacht hast, sondern generell dieses Hilferesistent zu sein, weil es ja gut lief. Es fällt mir schwer, jetzt zu sagen, also das zu sagen, aber es ist tatsächlich so, ein großer Vorteil, den ich tatsächlich hatte, war, dass ich immer auf Hilfe gegangen bin. Also ich war immer empfänglich für Hilfe. Aber bei mir war die Situation etwas anders. Bei mir war das so ein bisschen Größenwahn. Also ich war in der Situation, wo ich auf einmal in der Situation war, ich hatte Coach, Mentor damals und ich habe zu schnell und zu früh gedacht, ich bin ja, jetzt bin ich der Coolste. Jetzt habe ich das drauf, den brauche ich jetzt nicht mehr. Und wenn man einen hat, wenn man einen, einen hat, jetzt muss man natürlich dazu sagen, Mentoren und Coaches machen natürlich, gibt es natürlich auch, die machen auch Fehler. Ja, klar. Da war es dann damals so, dass ich zu früh, zu schnell geglaubt habe, ich habe es schon drauf. So, und dann machst du Fehler. Ja, klar. Weil du hast dann in dem Moment, es passieren ja ganz viele Dinge gleichzeitig. Erstens, du sprichst mit jemandem Dinge ab. Jemand hat einen Zugang zu dir. Der unterhält sich mit dir. Und jetzt änderst du ja was an der Situation. Das heißt, du bist nicht mehr zugänglich, weil du glaubst, du bist schon besser, du bist weiter, höher, schneller. Und dann driftest du ab. Ja. Und dann fängst du an, dann bist du ja von jetzt auf gleich wieder der einsame Wolf. Also vorher warst du im Twin, vielleicht auch zu dritt, dass du hast Infos bekommen. Ja, dass du Input bekommst. Und dann machst du den Change-Prozess und glaubst, auf einmal du hast es drauf. Jetzt muss dir aber eins klar werden, du bist dann wieder der einsame Wolf. Also du bist wieder alleine und triffst auch deine Entscheidungen alleine. Und dann solltest du tunlichst in der Lage sein, tunlichst in der Lage sein, die gesamte Bandbreite von Entscheidungen zu verstehen. Und auch möglichst alle Daten zu haben, vollständig, inhaltlich, richtig, damit die Schlussfolgerung deiner Entscheidung und die Konsequenzen auch alle bedacht sind und du hundert Prozent weißt, dass du das Richtige tust. Und da sind wir ja wieder bei dem Thema. In dem Moment, wo du Menschen um dich herum hast, und das haben alle wirklich erfolgreichen Leute, haben andere Menschen um sich herum, mit denen sie sich kurzschließen können, mit denen sie sich austauschen. Wie siehst du das? Wie siehst du jenes? Wie würdest du das tun? Wie würdest du jenes tun? Ich stehe gerade vor der und der Herausforderung. Meine Idee ist die und die. Was sagst du dazu? Was hast du für eine Erfahrung damit? Das hat unheimlich viel mit Ego zu tun. Logisch, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube auch noch ein weiterer Faktor, warum auch das so effizient ist, eben mit Leuten zusammenzuarbeiten, die letztendlich alle Entscheidungen, die du treffen möchtest oder treffen musst in Zukunft, und die wir ja schon tausendmal getroffen haben, in allen möglichen Variationen, ist halt auch das Thema Betriebsblindheit. Klar. Weil das existiert ja. Das heißt, du bist in deinem Unternehmen eben drin, hast die Scheuklappen an und verlierst auch die Weitsicht in gewisser Maßen. Und da macht es natürlich Sinn, an der Stelle jemanden zu haben, der wie ein Adler über einem fliegt und eben genau weiß, er schaut erst mal sachlich von oben auf dein Unternehmen drauf und weiß eben, okay, geh in die Richtung, es funktioniert, geh in die Richtung, es funktioniert nicht und vor allem auch mit welcher Konsequenz. Absolut. Also es gibt ja, das nennt man die sogenannte Supervision auch. Das heißt, du hast Supervisor, Supervision. Du hast jemanden, der über dir steht und der dich auch wieder coacht. Beispiel. Wenn ich jetzt jeden Tag regelmäßig mit Kunden spreche, also mit Maklern, mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche und natürlich alles von mir gebe, alles reingebe, um die immer wieder auf Spur zu bringen, auf Spur auch zu halten, dann gibt es natürlich auch mal Momente, wie ich zum Beispiel gestern hatte, dass du hintereinander mit zwei Leuten sprichst und da richtig raushaust. Und in dem Moment… Ein individuellen Gespräch, eins zu eins. Genau. Wir haben ja eine Sprechstunde jeden Montag, wo wir den Leuten auch die Möglichkeit geben, individuell nochmal eins zu eins auch zu sprechen. Und natürlich kann es auch mal passieren, dass du auch als Coach in dem Moment dich in irgendeiner Weise triggern lässt oder dass dich irgendwas vielleicht mal nervt oder du dich fragst, oh Gott, wie kann man eigentlich nur so eine Entscheidung treffen? Oder warum sieht der das jetzt nicht? Jetzt mal vereinfacht gesagt. Dann ist es natürlich total wichtig und cool, wenn du dann wiederum jemanden hast, mit dem du dich kurz austauschen kannst. Ich übersetze das jetzt mal für den Immobilienmakler oder den Unternehmer. Der Immobilienmakler, der hat jetzt die Gelegenheit zum Beispiel mir eine Frage zu stellen. Wir hatten nämlich heute so einen Fall im Live-Call. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Kunde von uns, sehr erfahrener Makler, hat sich super cool entwickelt, viele Objekte, macht jetzt in zwei Monaten 400.000 Euro Umsatz. Also richtig smart, cooler Typ. Und der hat jetzt mit einem Kunden ein Problem, also eine Herausforderung zu meistern. Und trotz der Tatsache, dass er Tag ein, Tag aus einfach schon weiß, was er tut, hat er einfach ein Brett vor dem Kopf gehabt bei einer bestimmten Entscheidung. Und er spricht das nur an. Ich halte ihm sozusagen erstmal den Spiegel vor. Und sage, schau mal, schau doch mal genau hin, guck mal. Und auf einmal sagt er, oh, das kann nicht wahr sein. Das ist genau das, was das meint. Also du hast Alltagssituationen, wo du viel schneller Dinge auflösen kannst, wo du viel schneller, du weißt ja auch bei dir, für dich ist es ein Raum weiter sozusagen, sagen, Mensch, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Diese Ehrlichkeit auch sich gegenüber zu haben, das ist die größte Übung. Die Ehrlichkeit zu haben, dieses Ego, ich bin der coolste, beste, größte, tollste, mal wegzutun und zu sagen, also zugänglich für Hilfe zu sein. Weil das ist eigentlich die entscheidende Frage. Bist du bereit, Hilfe zu empfangen? Das ist auf jeden Fall der eine Punkt. Ich glaube, der andere, den Leuten fehlt teilweise die Vorstellungskraft. Gerade Leuten, ich muss es ein bisschen spezifischer machen, gerade Leute, die das jahrelang machen, 10, 15 Jahre vielleicht, die so viel gesehen haben, das Unternehmen ist festgefahren, haben vielleicht Mitarbeiter, machen, was sie wollen, einen Freestyle laden, zusammengekleistert von A bis Z. denen fehlt teilweise die Vorstellungskraft dafür, dass es wirklich Wege gibt, dass es wirklich sich ändern kann und dass es auch richtig knallen kann. Ja, klar. Also oftmals ist das eine, sich überhaupt helfen zu lassen, auf der anderen Seite überhaupt glauben zu können, dass es überhaupt besser werden kann. Also schau, da ist in der Regel immer was, ja, da gibt es ja eine Vorstory. Ja, also wenn du, wenn du, wenn du selber nicht mehr empfänglich bist, ja, dann bist du aus diesem Prozess, dass du wirklich was schaffen, erschaffen willst, weil das rumkleistert, das ist ja das Problem von, also lassen wir mal offen sein, das ist ja das, das große Problem von Einzelkämpfern, Solopreneuren, dass sie halt irgendwie halt rumkleistern. Ja, das sind, wir nennen das, also eigentlich das ganze Unternehmen ist eigentlich ein MVP, ja, also ein Minimum Viable Project, ja, also das heißt so eine gelbe Zettellösung, ne, also es klebt irgendwie, ne, also es klebt irgendwie an der Wand, irgendwie hält es auch, ja, und im Endeffekt ist ja die Frage, welchen eigenen Anspruch hast du auch, ja, so und das, da muss man sich selber mal hinterfragen, bin ich wirklich kompetent oder glaube ich einfach nur, das Unternehmen darf halt nur nicht langfristig ein MVP bleiben, ne, ja, aber das ist ja bei vielen so, ne, ja, bei den meisten, ne, das ist ja klar, ne, welche Betrachtung habe ich, welche eigenen Vorstellungen habe ich, mit welchen Leuten umgebe ich mich, ne, bin ich der Einäugige unter den Blinden, ne, oder orientiere ich mich an Leuten, die besonders gut sind, besonders stark sind, das hat so viele Facetten, dieses Thema, so viele Facetten, und, und, hier ist eine, eine wichtige Sache, ein Unternehmen muss dauerhaft wachsen, ein Unternehmen muss wachsen, wenn ein Unternehmen nicht wächst, also, und auch sich nicht weiterentwickelt, entwickelt es sich zurück, das geht, das kann nicht, das geht nicht anders, das heißt, es muss wachsen, es muss was passieren, ja, und ansonsten bleibst du halt in so einer, ja, schau mal, gibt es, gibt es heute noch Tante-Emma-Läden, vielleicht ganz selten, rudimentär, irgendwo auf dem Dörfchen vielleicht, ja, aber ansonsten gibt es die nicht, auch hier, wenn, es gibt so einen schönen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, der geht mit der Zeit, und das ist leider wahr, auch wenn es, wenn man gerne mal nostalgisch wäre und traditionell und, ach, ist doch schön und die kleinen und persönlichen Läden, aber hey, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer sagt denn, dass groß unpersönlich sein muss? oder eine Weiterentwicklung unpersönlich sein muss? Das sagt doch keiner. Gut, dass du das sagst, ja. Das sagt doch keiner, ja, also das hat doch immer was zu tun mit den Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, aber damit wir nicht abdriften, das Thema, bist du bereit, wirklich Hilfe zu empfangen? Und hier einfach eine ganz kleine Sache. Ist wirklich einfach. Denk doch mal nach, wo du im Leben wirklich Hilfe bekommen hast und dich gut dabei gefühlt hast. Und es ist irgendwo, irgendwo in deinem Leben, bist du bei dem Thema Hilfe mal falsch abgebogen. Dass du einfach nicht mehr in der Lage bist, Hilfe anzunehmen, ja, entgegenzunehmen und, und, und daraus was zu machen. Weil, schau, du willst auf der einen Seite, das ist ja das Verrückte, du willst auf der einen Seite, dass du, dass andere Menschen zu dir kommen als Immobilienmakler und Hilfe von dir entgegennehmen beim Verkauf der Immobilie und du selber verhältst dich aber ganz genau so, wie die Privatverkäufer, dass du keine Hilfe annimmst. wie soll denn dann, also, verstehst du, du hast doch eine Absicht gegen eine Absicht. Also, du willst einerseits, dass du Aufträge bekommst, bist aber selber nicht bereit, Hilfe entgegenzunehmen. Also, dann kriegst du natürlich genau die Leute, die alle keinen Bock auf Hilfe haben. Ja, also das anstrengende Kunden, Drama Kunden, Desaster Kunden und all so eine Scheiße. Ja, so und das braucht ja keiner. Ja. So, also fang bei dir vorne an. Fang bei dir vorne an. Ja, und fang du erstmal an, dein Business auf ein anderes Level, auf ein neues Level und vor allen Dingen mal aus einer ganz anderen Perspektive, Gesichtspunkt zu sehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann solltet ihr folgende Dinge tun. Zuallererst mal in der Infobox auf den Link klicken und eine kostenfreie Coaching-Session buchen, weil dann könnt ihr euch mit uns über das Thema Hilfe unterhalten. Gebt uns einen Daumen hoch für diese Podcast-Folge und abonniert unseren Kanal und folgt uns auf den sozialen Medien. In diesem Sinne, viel Erfolg. Ich würde sagen, noch stärker als das letzte Seminar. Das Team Perfekt-Seminar erfüllt alle Erwartungen, übertrifft alle Erwartungen und ja, ich freue mich auf das nächste Seminar. Das Team Perfekt-Seminar